Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, herzlich willkommen auf unserem Uptrend Kanal. Mein Name ist Daniel und heute sage ich gleich dazu, das wird kein klassisches Video. Allerdings ein Video, was dir garantiert in der aktuellen Zeit weiterhelfen wird. Es geht um den Bärenmarkt und der große Aufschrei, oh mein Gott, ist jetzt alles verloren? Ist Krypto tot? Das kann ich gleich vorwegnehmen. Nein, das ist es nicht. Wir werden hier jetzt keine Chartanalyse machen. Wir gehen da mal in diese emotionalen Faktoren rein. Und dafür nenne ich dir jetzt mal 5 Dinge, auf die du beim Investieren achten solltest. Wichtig, bleib bis zum Ende im Video, denn ich werde dir zum einen einen möglicherweise spannenden Cointip liefern und zum anderen werden wir dir auch nochmal vorstellen, wie unsere Ansicht ist, was mit dem Markt jetzt passiert. Jetzt erstmal die volle Bandbreite, komplette Zusammenfassung, kurz und kompakt im Video. Vorweg, bevor ich zu diesen 5 Punkten komme, was mich so immer so fasziniert, ist diese Tatsache, dass gerade wenn der Bitcoin irgendwo bei 70.000, 80.000 Dollar steht, da schreit jeder, boah krass und der ist ja voll teuer. Ja, jetzt kaufe ich den nicht ein, weil, boah, das weiß ja jeder, dann geht das Ding ja wieder baden. Und wenn er wie jetzt ganz unten ist, was ja eigentlich bei den 80k jeder hofft, dass er runter geht, dann schreit jeder, der Kryptospace ist tot, weil, pff, schau dir mal den Chart an, da geht ja gar nichts mehr. Das ist genau der Fehler und ich kann dir sagen, zum aktuellen Zeitpunkt entstehen wieder eine Menge neue Millionäre und eine Menge verlieren wiederum einen großen Teil ihrer Millionen. Woran das liegt, das ist der Bärenmarkt, der in Zyklen kommt. Und da komme ich jetzt gleich mal zu meinem ersten Punkt. Kaufe ohne Emotionen. Der größte Fehler, der meines Erachtens, ja egal wo bei Investments getätigt wird, ist entweder der Panikverkauf, weil jetzt sind ja die Kurse gefallen und die könnten ja noch weiter fallen und lieber verkaufen und damit ein fettes Minus machen. Oder andersrum, im Hype, wo dann jeder sagt, oh der Bitcoin, wow voll krass, der ist voll weit oben, da kaufe ich einen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der nächste Tipp, der kommt bestimmt. Ich nenne dir da ein Beispiel, schau dir den aktuellen Chart an und wir haben extra dieses Video so nah jetzt aufgenommen, dass eben auch der Chart sich jetzt nicht mehr viel verändern wird. Wenn du dir den heutigen Chart anschaust und schau dir da B&B an, ich habe etliche B&B zu einem Preis von 360 Dollar gekauft. War das dämlich? Nein. Warum? Weil der schon viel, viel höher war. Natürlich ist der jetzt gerade beim Bruchteil bei knapp 200 Dollar. Nur merke dir immer, solange du jetzt nicht verkaufst, machst du kein Minus. Ich muss es halt nur aussitzen können. Ja, natürlich wäre es cleverer gewesen, zum späteren Zeitpunkt zu kaufen und damit eine höhere Gewinnspanne mitzunehmen. Aber ich lasse jetzt zum Beispiel dieses Kapital einfach liegen und werde es gerade definitiv nicht anrühren. Und damit komme ich gleich mal zu Punkt Nummer 2. Eine Tatsache, für die ich auch sehr, sehr lange gebraucht habe. Du triffst oder du wirst in den seltensten Fällen den perfekten Zeitpunkt erwischen. Egal ob es beim Verkauf ist oder beim Einkauf. Es kann immer passieren, wenn du jetzt aktuell kaufst, dass der Kurs vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten nochmal weiter runter geht. Es kann aber auch sein, dass er immer weiter steigt und du einen sehr guten Zeitpunkt erwischt hast. Genauso ist es beim Verkauf. Und da kann ich dir den Tipp geben, setze dir da eine Grenze. Setze dir wirklich ein Limit, wo du sagst, an diesem Punkt werde ich verkaufen. Denn im Hype möchtest du halten, 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 halten und ich habe das alles schon erlebt. Dann wären da 14 Gewinne da und im nächsten Moment ist alles weg, weil es eine riesen Marktbewegung gibt und plötzlich ist der Kurs mal wo ganz woanders. Und diese Dumps kannst du halt einfach mal schlichtweg nicht vorhersehen, weil einfach das Volumen hinten dran fehlt. Und daher mach dir da vorher Gedanken. Wo gehe ich rein? Wo gehe ich raus? Und dann treffe dich auch die Entscheidung. Jetzt zum Beispiel bin ich auch offen. Einmal als Info. Ich habe begonnen, bereits vor ein paar Wochen immer wieder einzukaufen. Ja, da habe ich das erste Mal Ethereum bei knapp 1900 Dollar gekauft. Zum aktuellen Zeitpunkt komplett Banane. Ich habe am vergangenen Samstag für 950 Dollar gekauft. Die Kunst daran ist es, nicht alles auf einmal zu investieren, sondern in Etappen. Weil so holst du dir eine Mischkalkulation. Und so hast du auch die Chance, dass du eben nicht nur durchgehend falsch investierst. Und das ist eben genau dieser springende Punkt, der dir eben ermöglicht, zu einem Durchschnittswert clever einzukaufen. Und dann kauf ein, lass das Kapital liegen, sag für dich, okay, das ist jetzt so, jetzt warte ich ab. Und lass das Ganze einfach geschehen. Du darfst nie vergessen, selbst wo ich jetzt bei 2000 Dollar eingekauft habe, gebe ich dir Brief und Siegel. Ich habe immer noch clever eingekauft, weil es war immer noch knapp 60% unter dem normalen Marktwert. Und das, das bindet jetzt gleich den dritten Punkt mit ein. Denke bitte langfristig. Den größten Fehler, den alle haben. Ja, Bitcoin, ja, Übernachtmillionär. Freunde, ich möchte euch da mal ganz kurz abholen und dann ist der Punkt auch abgehakt. Es gibt eine Hochrechnung. Hättest du 2011 10 Euro in Bitcoin investiert, wären das zum Höchststand 2021 1,5 Millionen gewesen. Freunde, 10 Jahre, das waren definitiv einige Nächte bis zum Erfolg. Und dann stellt sich auch noch die Frage, wer war denn bereit, das über 10 Jahre zu halten, wo der Kurs ja immer weiter angestiegen ist, kam da nicht vielleicht irgendwann der Wille, da verkaufe ich. Und deswegen waren es auch nur so wenige Millionäre, weil die eher an die Vision geglaubt haben, wie groß Bitcoin werden kann und weniger an den kurzfristigen Gewinn. Und für das nächste Thema oder die nächsten zwei Punkte, da teile ich mal den Bildschirm, um dir das mal ein bisschen näher zu zeigen. Und zwar, was du hier siehst, das ist in dem Fall zum Beispiel der Bitcoin-Chart. Und natürlich gibt es da die Möglichkeit, immer irgendwas einzuzeigen mit Hilfslinien etc. Im Endeffekt, keiner weiß, wie sich der Chart bewegen wird. Du siehst hier das Volumen zum Beispiel, hoher Abverkauf. Das hat natürlich zur Folge, dass der Kurs abfällt. Und gleich vorweg, ich werde jetzt hier keine Chartanalyse machen, weil so richtig greifen kann man es nicht. Es ist schon magisch, wenn man sich die Linien anschaut, aber das ist jetzt halt auch nicht so der Wert. Was du dir allerdings merken kannst, und das ist die größte Hilfslinie, die es hier gibt, der letzte Höchststand zum Bullrun. Und der war bei 20.000 und, hm, welch Wunder, der Kurs bewegt sich gerade irgendwie ganz verrückt. So zwischen 21.000 und 19.000, immer wieder wie so gefühlt eine Sinuskurve gerade. Und wenn man sich das hier jetzt auch bei anderen Charts anschaut, wir nehmen jetzt mal als Beispiel BNB. Wenn du dir das hier anschaust, ähnliche Bewegungen. Also du hast hier auch ein paar Linien, ja, das kann man so einzeichnen. Aber schau dir doch lieber mal an, ohne irgendeine Linie einzuzeichnen. Ja, wo stand denn der mal? Und wenn wir jetzt mal hier hochgehen, dann sind wir mal bei knapp 662. Das könnte so grob der Höchststand gewesen sein. Und jetzt bei knapp 200. Okay. Jetzt kann man sich jetzt mal überlegen, ob das clever ist einzukaufen. An der Stelle sei dir aber gesagt, wenn du ein Halbkäufer bist, der nur mal schnell Profite mitnehmen will, dann wirst du nicht an die Vision Krypto glauben. Wenn du ans Dezentrale glaubst, dann, dann wirst du auch investieren. Aber das jetzt nur als Beispiel. Auch da habe ich am Wochenende nochmal deutlicher nachgekauft. Ja, deutlich günstiger bei unter 200 Dollar. Dafür habe ich aber auch bei 360 gekauft. Und ich werde es immer noch weiterhin halten, weil ich weiß, es wird immer noch mehr wert werden. Und jetzt möchte ich dir an der Stelle mal ein Thema präsentieren. Und zwar noch weiter zu recherchieren. Kauf nicht nur einfach einen Coin oder einen Token, weil du mal davon gehört hast. Oder weil dir irgendjemand davon erzählt hat. Im besten Fall noch der zugehörige Vertriebler, weil der wird es dir natürlich empfehlen. Jetzt möchte ich dir da zum Beispiel mal ein Beispiel nennen. Und das ist auch gleichzeitig ein Coin-Tipp unsererseits an der Stelle. Vielleicht kennst du es auch schon. Das weiß ich nicht. Und zwar sprechen wir von WeChain. Und an der Stelle kannst du dir mal überlegen. Also ich werde da jetzt nicht tiefer irgendwo auf Website etc. gehen. Ich habe zum Beispiel WeChain das erste Mal jetzt eingekauft bei 0,02. Jetzt ist es schon 0,024. Spannend ist allerdings, und da kannst du einfach mal auf All gehen, wo der Stand. Und wenn man sich jetzt an der Stelle überlegt, dass es da bereits Partnerschaften, zum Beispiel mit Kühne und Nagel, mit DB Schenker etc. geht, oder schon gibt. Schnitt. Und wenn man sich an der Stelle überlegt, dass es hier bereits Partnerschaften mit Kühne und Nagel, mit DB Schenker und noch vielen weitreichenden Größen gibt, dann weißt du auch, warum du investieren solltest. Der Use Case. Die großen Konzerne haben das schon erkannt, aber ich sage dir gleich vorweg, falls du da investieren solltest, dann rechne bitte nicht damit, dass da jetzt im nächsten Jahr plötzlich der massive Anstieg kommt. Rechne mal bei so einem Projekt in drei bis vier Jahren. Prognosen sagen, da könnte das Ding vielleicht bei 5 Dollar stehen. Guten Morgen, wir sind gerade bei 2 Cent. Also vergesst das auch nie, welches Potenzial da langfristig dahinter stecken kann, aber bringe auch diese Zeit mit. Sonst investiere im besten Fall nicht, weil dann wirst du eh nur enttäuscht werden. Das waren jetzt mal soweit diese fünf Punkte, die wir haben. Und an der Stelle unsere Prognose, und das ist wirklich nur eine Prognose, keine Ahnung, ob es so eintrifft, das ist unsere Vermutung. Wir schätzen, dass sich Bitcoin, und damit richtet sich ja alles ein Stück weit nach dem Bitcoin, jetzt erstmal so in so einem Sinuseffekt irgendwo zwischen 21.000 und 19.000 hin und her tingeln wird, dann wahrscheinlich nochmal für einen kurzen Moment einfach nochmal nach unten tippt und dann wiederum aber steil nach oben gehen wird. Unsere Vermutung, es gibt viele Experten, die diese Meinung teilen, das muss aber nicht so eintreffen. Das kann auch jetzt schon der Boden gewesen sein und wir gehen jetzt halt sukzessiv nach oben. Aber aktuell wäre eigentlich so eher die Konsolidierungsphase und ja, da müsste dann eigentlich nochmal ein krasserer Abfall kommen, wenn es jetzt so ist wie in den letzten Bärenmärkten. Und dann folgt der Bullrun. Und dann macht es halt auch Spaß. Das heißt, wenn du Geld verdienen möchtest, dann beschäftige dich jetzt mit dem Thema und nicht im Bullrun, weil da ist es eigentlich schon zu spät. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dass du keine wichtigen Infos verpasst. Schreibe uns auch gerne mal deine Einschätzung unten in die Kommentare. Was glaubst du, wie es jetzt im Cryptospace weitergeht? Und wichtig, wenn du noch auf ein bisschen Live-Content Bock hast, dann komm gerne in unsere kostenfreie Telegram-Gruppe, auch hier unten die Verlinkung in der Description. Sonst, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Ciao.